Hallo und willkommen bei einem neuen Pokémon Unite Projekt mit eurem Stefan Fuchs. In diesem Projekt Beginner to Expert werde ich euch zeigen, dass man ohne einen einzigen Cent zu bezahlen in Pokémon Unite einfach nur durch gute Entscheidungen im Spiel in die Expert-Klasse aufsteigen kann. Dafür habe ich mir hier einen brandneuen Account gemacht, der gerade im Moment noch in der Beginner-Klasse ist, weil er gerade auf Stufe 9 ist und im Prinzip noch fast gar nicht gespielt ist. Mein Ziel hier in dem Projekt ist es im Prinzip, euch zu zeigen, wie ihr von Beginner zu Expert aufsteigen könnt, ohne dafür irgendetwas an Geld ausgeben zu müssen. Und das Ganze werde ich versuchen, jedes Spiel hochzuladen. Natürlich, wenn ich in einem Game 1, 2 oder 3 AFKler drin habe, also Leute, die zwar theoretisch da sind, aber gar nicht mitspielen, dann werde ich die Spiele auslassen. Ansonsten versuche ich, jedes einzelne Spiel hochzuladen und euch zu zeigen, wie man die Spiele gewinnen kann, auch wenn die Teammains vielleicht nicht so berauschend spielen. Los geht's! Und da sind wir auch schon im ersten Game. Ich habe mir hier Ceraora ausgesucht, einfach deswegen, weil so gut wie jeder Ceraora haben sollte. Ist ja ein kostenloses Pokémon, was man zumindest auf der Nintendo Switch Version einfach so geschenkt bekommt. So, am Anfang, wir sind in der Beginnerklasse, von daher braucht man sich hier nicht so sonderlich viele Gedanken machen. Mein größter Tipp ist, um aus der Beginnerklasse rauszukommen, spielt einfach so viele Spiele wie möglich und versucht in den Spielen die wilden Pokémon zu besiegen. Klingt komplett trivial, aber lustigerweise ist es auch wirklich das, was ausreicht, um von Beginn auf Braille aufzusteigen. Wenn ihr einfach nur die wilden Pokémon besiegt und ganz genau wisst, okay, wenn ich wilde Pokémon besiege, bekomme ich Erfahrungspunkte, die Erfahrungspunkte machen, dass ich auflevel, dass ich dann insgesamt stärker werde und eine bessere Chance gegen meine Gegner habe, dann reicht das vollkommen aus. Wir sind jetzt hier zum Beispiel schon Level 5 und wenn wir einmal kurz auf die Lane schauen, dann sehen wir hier, dass die Gegner, ich sag mal so, sehr, sehr gerne am rumfighten sind, aber kein Räumerisches Level haben. Wir sehen, dass hier zum Beispiel das Ohr doch noch komplett unkontestet ist, dass hier Erfahrungspunkte einfach mitten auf der Lane stehen und nicht genutzt werden. Von daher, die einfach schnappen und dafür sorgen, dass alle Erfahrungspunkte ordentlich genutzt werden. Normalerweise ist es nicht so gut, wenn man als Jungler sämtliche Erfahrungspunkte denied und nimmt, die es auf der Lane gibt, weil die Laner dadurch einen massiven Nachteil bekommen, die eigenen. Aber wenn die eigenen Laner das nicht machen, dann einfach mitnehmen. Und wie wir hier schön gesehen haben, ich bin jetzt auf Level 7, die Gegner waren auf Level 3 noch und da haben sie halt im Normalfall keine Chance gegen einen irgendwas auszurichten. Aber ganz, ganz wichtig und das ist das, wo viele den Fehler begehen, wenn man auf der Lane ist. Besiegt die Gegner dann nicht auf der Lane bleiben und irgendwie versuchen, krampfhaft Punkte zu sammeln oder die Gegner krampfhaft zu besiegen. Einfach wieder zurück in den Jungle gehen und die Erfahrungspunkte sich abholen. Das reicht eigentlich im Normalfall aus, um Beginner hinter sich zu lassen und zu Expert aufzusteigen. Strategischer wird es dann in den höheren liegen. Es ist auch definitiv so, dass es dieses Projekt jetzt nicht nur ist, um nach Expert zu kommen. Das ist so mein erstes großes Ziel in dem Projekt, wenn ich ehrlich bin. Weil Expert halt wirklich das ist, was ich so oft nachgefragt werde. Wie kommt man nach Expert? Ist es überhaupt möglich, nach Expert zu kommen, ohne Geld zu bezahlen? Und hier will ich einfach mal zeigen, ja, es ist möglich. Pokémon Unite ist, finde ich, nicht so heftig Pay-to-Win, wie das viele gerne mal darstellen. Und da kommen wir auch schon zu meiner Frage des Tages, wo ich mich extrem eure Meinung wirklich mal interessieren würde. Ich höre so oft, so dermaßen oft, dass Leute sagen, Pokémon Unite wäre Pay-to-Win oder Pay-to-Porkers. Und im Normalfall wissen die Leute nicht einmal, was das bedeutet, wenn sie diese Wörter in den Mund nehmen. Was bedeutet das? Nämlich Pay-to-Win, frei übersetzt, bezahle, um zu gewinnen. Und heißt nicht, wie manche das vielleicht denken und manche das gerne mal so rechtfertigen, dass man, wenn man bezahlt, eine höhere Chance hat zu gewinnen, sondern... Einfach mal schon rausgehen hier. Eins gegen drei und trotzdem rauszukommen. Heißt nicht, dass man eine höhere Chance hat zu gewinnen, wenn man Geld investiert, sondern heißt, dass man nur dann gewinnen kann, wenn man Geld investiert. Pay-to-Progress heißt im Prinzip auch genau dasselbe. Es ist nicht so... Huch! Häftig sind das Legs. Es ist nicht so, dass man eine höhere Chance hat, um aufzusteigen oder um im Spiel weiterzukommen. Oder dass es schneller geht, um im Spiel weiterzukommen, wenn man Geld investiert, sondern das Board an sich bedeutet, dass man nur dann ordentlich weiterkommen kann im Spiel, wenn man Geld investiert und ansonsten gar nicht die Möglichkeit hat, im Spiel weiterzukommen. Und da würde ich definitiv sagen, dass das in Pokémon Unite nicht der Fall ist. Trotzdem interessiert mich hier definitiv eure Meinung. Und vor allem, wenn ihr die Meinung in die Kommentare unten schreibt, eure Begründung. Meine Begründung für die Meinung, dass es eben nicht Pay-to-Win oder Pay-to-Progress ist, ne, hier braucht man es nicht zurück, hier gehen wir einfach in den Jungle wieder, dass es eben nicht Pay-to-Win oder Pay-to-Progress ist, ist Pay-to-Progress würde ja wirklich bedeuten, dass man nicht weiterkommen kann. Dass man in dem Spiel keinen Fortschritt erzielen kann, wenn man nicht bezahlt. Und falscher kann es eigentlich gar nicht sein. In jedem einzelnen Game bekommt man Erfahrungspunkte. Ach, wie schön, da ist ein Gengar-Spieler, der rumtrollt. Das sind meistens die Gengar-Spieler, die anfangen zu trollen. Man bekommt in jedem einzelnen Game Erfahrungspunkte. Von daher kann es schon mal nicht sein, dass man nur dann weiterkommt oder nur dann im Spiel voranschreitet, wenn man Geld bezahlt. Das ist einfach nicht der Fall. Nach jedem Game bekommt ihr Erfahrungspunkte, steigert so euer Level und bekommt dadurch massive Ressourcen und schaltet nach und nach alles frei, was es im Game gibt. Genauso begründen viele quasi, dass es Pay-to-Win oder Pay-to-Progress wäre mit der Gold-Begrenzung im Spiel. Dass man pro Woche nur 2100 Gold bekommen kann und wenn man mehr Gold möchte, muss man halt dafür bezahlen. Und das ist eben auch was, was Falscher nicht hätte sein können. Da haben die Leute zwei Sachen komplett durcheinander bekommen, zwei Sachen komplett missverstanden. Es gibt diese Gold-Begrenzung 2100 oder 2020, ich glaube, 2100 Gold sind es, die man pro Woche bekommen kann. Aber, ganz, ganz wichtig, die 2100 Gold kann man auch pro Woche maximal bloß bekommen, wenn man Geld investiert und wenn man sich so einen Boost abholt, dass man doppelt so viel Geld pro Match bekommt. Das heißt, das Argument tut sich selbst verneinen. Das Argument ist so dermaßen sinnlos, dass man da überhaupt nicht zuhören braucht, weil, wie das Argument selber schon sagt, es gibt diese Gold-Begrenzung und selbst wenn man Geld bezahlt, kann man an dieser Begrenzung nichts machen. Das heißt, das hat schon mal nichts mit Pay-to-Win oder Pay-to-Progress zu tun. Ein zweites Argument, was ich sehr, sehr oft gehört habe, ist, dass man die Items ja braucht, um im Spiel gut zu sein, um gegen die Gegner klar zu kommen und dass die Items, Item-Verstärker, Item-Enhancer brauchen. Und die Item-Enhancer kriegt man nur, wenn man das schon Geld in das Spiel investiert. Das ist natürlich auch komplett falsch, komplette Grütze. Die Item-Enhancers sind natürlich wichtig, die braucht man, um die Items zu verstärken. Und ich gehe auch hundertprozentig mit. 15 Minuten, 3. Das ist, das ist auch nochmal. Und ich gehe natürlich auch mit, dass es einen riesengroßen Vorteil mit sich bringt, wenn man schon im allerersten Match alle Items auf Stufe 30 hat und so halt sich einen ordentlichen Vorteil im Spiel verschafft. Aber man braucht die Items nicht auf Stufe 30. Man kriegt die Items auch ohne Geld auszugeben, durch die ganzen Ressourcen, die man im Game bekommt, ohne größere Probleme, ohne größere Schwierigkeiten. Da hätte ich jetzt nicht reinspringen sollen, aber ist es nicht so ein riesengroßes Problem. Ohne größere Probleme kriegt man die Items auf Stufe 20. Und das reicht aus. Das reicht aus, um auf Maße zu kommen, Leute. Stärker muss es nicht sein. Und da ist das Gegenargument eigentlich meistens. Ja, aber wenn ich ein Zeraora bin und habe durch meine Items plus 100 Angriff und dann kommt ein anderer an, der sich für Echtgeld halt die Item-Verbesserer gekauft hat, der dann auf einmal nicht plus 100 Angriff hat, sondern plus 120. Dann hat er doch einen Vorteil. Ja, klar, dann hat er einen Vorteil. Der hat 20 Angriff mehr als man selber, aber die 20 Angriff machen so dermaßen wenig aus. Die machen vielleicht early ein bisschen was aus, wenn man 20 Angriff mehr als der Gegner hat. Ja, also jetzt muss ich mal langsam gucken, dass wir hier Zapdos nicht wegwerfen. Oder besser gesagt, dass die Teammates Zapdos nicht wegwerfen. So, das mag auf den ersten Leveln ordentlich was ausmachen. Ja, aber ganz ehrlich, Leute, zum Beispiel Gardevoir hat auf Level 15 1000 Spezialangriff. Ob man da nun 20 mehr Spezialangriff hat oder 20 weniger Spezialangriff macht so dermaßen wenig aus. Und das ist im Prinzip das auch wirklich, was extrem viele Leute einfach mal so dermaßen überschätzen, der Wert von den Items. Ich meine, klar, die passive steigert sich bis Stufe 20, dass man da bei den passiven Effekten von der Fähigkeit was Besseres bekommt. Aber die reinen Werte, die man bekommt, sind eigentlich so dermaßen null und nichtig. Die sind so irrelevant. Wie zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das Item nehmen. Ach Gott. Hier will auch niemand verteidigen, habe ich das Gefühl. Ich verteidige jetzt hier die Mitte. Oder hier unten bei Glurak. Ja, hier will niemand verteidigen, hier will auch niemand angreifen. Ganggum macht einfach irgendwas. Aber ich meine, wir sind in Beginnerklasse. Das braucht man sich nicht wundern. Wenn wir uns zum Beispiel mal Sanftglocke anschauen oder die anderen Items, die Cooldown Reduction geben, das sind 5% Cooldown. Bei Fähigkeiten, die 5 Sekunden Cooldown haben. Das heißt, wenn ich die 5 Sekunden um 5% verringere, bin ich bei 4,99 Sekunden oder irgendwas in der Richtung. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber so ganz, ganz grob. Das bringt jetzt nicht so den krassen Vorteil. Deswegen alles, was ihr mit Echtgeld kaufen könnt, ist entweder rein optisch, damit es schöner aussieht, oder hat jetzt nicht so den krassen Mehrwert zu jemandem, der das Spiel komplett gratis spielt. Und da würde mich jetzt mal interessieren, seid ihr derselben Meinung? Habt ihr eine andere Meinung? Und ganz, ganz wichtig, was eure Bekundung für die Meinung? Weil nicht einfach nur schreiben, ja, nee, ist Pay2Win, weil ich verliere die ganze Zeit, sondern woran liegt das? Wenn ihr die ganze Zeit verliert, dann könnt ihr vielleicht was besser machen und euch ein paar Trips und Tricks hier abschauen in meinen Matches, um dann auch nach Expert, Veteran oder vielleicht sogar später Master zu kommen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video und beim nächsten Beginner2Expert wieder. Bye, bye!